Untertitelung des ZDF, 2020 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 oder? ich glaube wir müssen wir weiter der schwimmt vielleicht wie ein junger Gott ja, was bringt mir das? hast du irgendwo so Dings gesehen? nee, ne? lass doch mal los Aua! Aua! Meine Finger! Meine Finger! warte mal, ich hänge mich mal links, den kannst du da vielleicht schießen oder so? hast du da durchschießen, weißt du? ich sehe nur da hinten nichts, das ist das Problem warte mal, hier oben ist noch was was ist das denn? der ist eingeboren oder so, lass mich hier runter man, hier ist auch noch eine aber dann geht es auch auf warte mal, muss ich die da mitnehmen? weiß ich doch nicht, ob du mitnehmen? ich geh schon mal ja, weil ich weiß nicht, ob wir die brauchen ich tu die mal da hinten hin komm da nicht dran, mach mal eine Kiste da drauf schneller 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 der Himmel, wo ist das denn hier? boah, du kannst nicht mal hier ist doch so ein Ding hier hier, den musst du mitnehmen nein, warum machst du das? weil da hinten auch noch was ist hä, das ist doch nicht was machst du da? da, ich denke wir wollen alle mitnehmen ja, aber du hast alles kaputt gemacht was machst du denn da hinten? hihihi was machst du denn? Hallo? Kannst du mal meine Sachen in Ruhe lassen? nein, 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 ich hänge hier ab Aua! boah, jetzt springt der da schon wieder drauf, ey ich glaube takt ja, danke oh, da ist was da oben was ist das dein Ernst? jetzt bleib da stehen sonst kriege ich die Krise Mann Aua! ja, ich hab das jetzt ich versperre das jetzt boah, Alter, ey jetzt mach das doch mal dran ey, ich klatsch den gleich eine ganz ehrlich ey, du kannst hier nichts zu Ende machen, ne? jetzt komm ich da nicht hin wegen dir danke vielen Dank wieso nicht? du schwebst doch da das sieht geil aus warte mal, ich tu mal ich geh mal hier weg nö, ich kann jetzt nichts mehr machen weil du alles hier kaputt gemacht hast grad wieso, du kannst doch jetzt den Winkel wieder nehmen jetzt äh, ne, so wollte ich das mal ich frage es nur, was bringt uns das, wenn wir jetzt da oben hin? Moment, hier oben da hier ist noch ein Verbindungsstück hier hinten das kannst du mal abmachen hier unten was für ein Verbindungsstück? hier guck mal, den kannst du abnehmen hier von den unteren der ist gerade hier unten ist ein Rohr dann geh doch mal da runter ja, ich will da aber nicht dann komm ich wieder nicht hoch schon mal daran gedacht das Rohr hab ich doch extra drauf gemacht damit ich hoch kam, du schlau nein, du kannst ja den Rand doch gehen ich mach dir da auch ein Frostding hin mach das Rohr jetzt ab hier das brauchst du drüben das brauchst nicht drüben ja toll, jetzt kommt doch pass auf ja, ich weiß was du meinst aber das ist doof hallo, ich komm jetzt mal runter oh, jetzt kann ich das nicht anrufen doch, jetzt kann ich es anders echt? die will eine Zauberin sein also das ist echt das ist unfassbar ja die Frage ist, wieso da? mach mal so einen Würfel da drauf ich kann nicht springen sonst ja genau ja du Arsch ja danke nein vielen Dank wieso ging das? warum schläfst du da drunter? weil du mir das Ding nicht bringst nein hoch was machst du da? was machst du da? Aua so und jetzt? nein, nein, nein was haben wir davon? da kommen wir nicht da rüber mach den Klotz wieder da hin warum? auf die andere Seite warum stehe ich jetzt hier? warum stehen wir beide da drauf? ja warte mal nein nein lass mich zuerst gehen ich bin wichtiger ja und jetzt? ich halts fest so haha so ich hab's ähm warte mal wieso stehe ich jetzt wieder hier? oh das kann nicht einfrieren ja aber bringt uns das was? kannst du das Wasser in der Mitte irgendwie einfrieren? nein hab ich schon probiert fließt das Wasser geht? ich hab ich dir schon mal gemacht man kann es ja trotzdem nochmal probieren huiiiiiii ja jetzt noch was anderes dahin huiiiiiii und jetzt? jetzt hat das irgend so ein Idiot eingefroren jetzt kommen wir nicht da hoch ich kann das nicht du musst ja auch auf mich drauf springen und deinen Feuerfall benutzen warum hast du es überhaupt eingefroren? warum ist das so glatt bei dir da drauf? hallo du sollst das entfrieren was bringt das denn wenn das gefrieren was? ja aber ich muss hier dran achso ok na 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 warum gehst du mit da runter? weißt du nicht ich dachte das ist ganz lustig ja nein wieso gehst du wieder runter? jeder wieder dran nein bin ich nicht doch ich gehe hier oben drauf so ist das dein ernst? ist der meine Füße hängen geblieben? huiiii so was mach ich jetzt? ja du musst auch oben drauf gehen lass das Ding wieder runter und geh auf die andere Seite da kommst du rüber ja aber ich komm ja nicht auf die andere Seite doch lass uns runter ich spring ab und geh auf die Plattform hier so guck mal hier da drauf wenn du den scheiß Würfel da nicht gemacht hast so und dann springst du hier hoch ok wieso haben wir das nicht direkt von Anfang an so gemacht? jetzt schieb uns ja kann ich nicht weil du da dran stehst super hä ne das ist zu schwer ja du bist zu schwer mit zwei geht das nicht ja es ging doch eben auch spring doch mal ja ich meinte nach oben kann ich nach oben springen es geht du hast das anders gemacht es geht nur nicht mehr hä? wieso geht das nicht mehr zurück? weil es nicht runter geht hallo? wieso geht das nicht zurück? ähm nein ja ich könnte jetzt eins weg machen das bringt dir aber nicht viel also hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt aber du kannst dich nicht töten lassen ne? wieso ist das jetzt hier eingerastet? das ist bei dir doch auch nicht eingerastet gewesen eben doch man muss nicht dranhängen damit das freigeht ich komme aber nicht mehr hin weil du ja den scheiß Würfel nicht mehr da hoch machst ja kann ich ja nicht mehr nein höchstens kannst du mal so probieren aber ich weiß nicht reicht nicht reicht nicht ne komm nicht hin hast du noch einen Würfel? ja wenn du nicht draufstehst ne ne wenn du nicht draufstehst könnte ich doch mal dieses eine Ding machen mach es doch einfach bist du nicht soeben dran gekommen? ah ne warte mal ich war äh ja geht nicht es geht alleine nicht ja aber ich komme ja nicht mehr rüber oder? achso doch ach ne hallo du musst drauf bleiben ja das geht doch wieder zurück ja wenn du da jetzt nicht draufstehen würdest hätte ich dir jetzt zurückschieben können aber dann musst du erstmal das anstehen dann weiß ich das erstmal oh wie ich das hasse ey das ist doch nicht normal oh überhaupt nicht gleich so ey bis du erstmal hier bist ne ey was ist das? achso du musst wieder hier was drauf machen mach das fast drauf ja ne das fast hätte ich hier gebraucht scheiße ach nee geht doch so ja genau viel spaß ach man ey da kommt man gar nicht hoch no ich war eben drauf das ist bescheuert das fast ist selten eben nicht dafür du hast gesagt macht das fast drauf das problem ist wenn du schießt wenn du schießt was passiert dann? nein hier kommt Wind raus warte mal warte mal einfrägen doch einfrägen kann ich ah was nichts machen es ist eingefroren wir müssen jetzt hier was drauf bauen mach mal hier ein ja kann ich nicht du hast gesagt ich darf nichts machen doch jetzt hier drauf machen kann ich nicht du bist wieder zu weit jetzt jetzt ja genau das passierte dann mach jetzt hä warte mal nimmst du das jetzt ab? weil das andere weg ist ja aber du hast doch es geht nicht so wie du dir das vorstellst das kracht nicht mit uns zusammen oder? aber optisch muss ich leider immer noch sagen richtig geil oh mach das mal unten kannst du die kette abschließen ja? nein das ist eine kette hallo also die kette durchschließen könnte ach so das ist alles was ich machen kann ich kann das einfrieren ach das ist auch an der kette hierzu ich war arsch oh ich kann das ding einfrieren auch auch nicht schön au nein 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 aua 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 das war allerdings auch nicht gut ach da muss das ding dran was du da hattest das muss hier oben dran ok das ist auch eingefroren das nicht mehr danke ah ja alt es geht dann weg hab ich noch nie zu sagen boah kannst du das ding auch nicht abschließen? das muss dein ding machen jetzt alter das kannst du doch abnehmen hey bloß nicht mal anvisieren ja ne bis da kann ich es nicht machen warte mal da muss ich aber erstmal aber das kann ich nicht einfrieren aber das kann ich nicht einfrieren so oder kann das hier ne geht nicht du sollst ja auch springen und singen und tanzen und schwingen da oben muss ich hin mach mal die adeus pontius wir können nicht nur ziellos durch dunkle tunnel steuern aber da oben ist noch mehr wir brauchen einen aber nochmal kein plan kann die stadt oder das reich zurückbringen die astral akademie ist zerstört niemand hält zu uns wir können nie mehr nach hause und die drillinge die schurken haben deine kinder was sollen wir tun da ist jetzt er drauf das kann ich auch machen ja hab ich gemacht mach das mal runter ach da oben muss ich schießen was ist das? ah 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 oh 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 das geht da oben weiter wir müssen zurück das ist nie euer Ernst jetzt oder? ja ich hätte meine Datenhose mitbringen sollen ach so wie hast denn das gemacht? wuch hier ist Wasser Achtung 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 oh 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 scheiße kann man da noch hoch? warte warte also denk an dein Wasser ne? du kannst aber nicht ähm oh aber so geht's so geht's so geht's uff okay ja ja danke wo bleibst du? so uah warte 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 hab ich da ist noch einer da ist noch einer nein wieso bin ich jetzt wieder der? warte da kommen noch mehr rein ha ha heftig brenn brenn die rattenbande so kommen die also in die stadt ohne dass die Gilde davon Wind kriegt sie laufen durch die Tunnel zu den Abwasserkanälen immerhin hat man hier eine nette Aussicht ja kann sein ihr zwei kommt bitte wieder ein bisschen in die Gegenwart zurück ich will hier nicht für die Moral verantwortlich sein ich frage es wofür brauchst du jetzt das Fass? warte mal die muss die ablenken die Dinger dass sie jetzt dass sie nicht an die Dinger gehen ach so ne geh mal weg ja man kann die steuern so man kann die steuern oh ja genau Mistviech oh man ey ja das ist so dämlich hier hingesetzt diese scheiß bei Kisten dass ich nicht mehr auf die Dinger kommen jetzt wir müssen auf die Kiste drauf springen und dann auf die Dinger raus nein ich hab die Kiste weggeschoben links kannst du nirgendwo hin glaube ich ne scheiß Kanalraten hier jaaa wir sind hier an einem Speicherpunkt und ich würde sagen dass wir hier jetzt erstmal einen kleinen Cut machen das ist zwar doof weil ich will wissen was dahinter ist aber ich befürchte dass wir jetzt hier noch ziemlich lange durchlaufen werden müssen ja das wird wahrscheinlich noch nicht gelaufen haben tun sollten oder sonst irgendwas ja deswegen einen kleinen Cut und dann sind wir in der nächsten Folge wieder für euch da Ciao Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren